Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Und es ist schon wieder ein Haul. Mann, das ist ja unglaublich, in letzter Zeit so viele Hauls. Aber es ist eher unerwartet gewesen. Ich war nämlich heute ein bisschen shoppen. Eigentlich waren wir in einem Kaufhaus bloß zum Schauen. Und was entdecke ich da? Ein paar Angebote. Allerdings waren die eher weniger interessant. Aber eine Sache habe ich trotzdem mitgenommen, die womöglich eher unwahrscheinlich erscheint. Aber ich habe sie trotzdem mitgenommen. Eine Sache kurz vorweg noch, den habe ich gratis gekriegt. Das ist halt diese Minifigurenbox von den Monster-Serien. Die kann man gut verwenden, um Simblocks daran aufzubewahren. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du das doch einfach mit. So, jetzt aber zu den Sachen, die ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich mitgenommen, es gab Friends Advents Geländer. Ich habe gesagt, das ist eher unwahrscheinlich zu denken. Aber guckt bitte auf den Preis. Der steht hier oben. Da steht, runtergesetzt von 20 auf 10 Euro. Ich gehe also an die Kasse, gebe 10 Euro hin und bekomme 5 Euro zurück. Die haben nämlich noch einen Weihnachtsrabatt gehabt. Und der hat das Ganze nochmal um 50% reduziert. Also ich habe 5 Euro für diesen Adventskalender bezahlt. Und nachdem ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, hä hä, warte. Nein, der hat coole Teile drin. Den nimmst du noch ein zweites Mal mit. Das heißt, ich habe jetzt zwei Adventskalender hier von Friends. Und die werden beide aussortiert. Und das mache ich jetzt gleich und ich mache mich da dran. Und deswegen, ich hatte auch noch zwei Friends-Sets, die ich auch noch aussortieren möchte. Ich packe die jetzt einfach mal hier mit in diesen Haul rein. Aber eigentlich habe ich die schon ziemlich lange. Das sind zweimal Andreas Berghütte. Habe ich damals bekommen für 4 Euro das Stück. Und deswegen habe ich die auch mitgenommen. Weil die Teile einfach cool sind. Ich kann die Figuren von Friends nicht so leiden. Ich mag die nicht so. Aber ich bin dann doch so ein Fan von den Teilen, die hier enthalten sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du die auch mit. Und jetzt habe ich hier zweimal den Adventskalender. Und zweimal das hier, wenn man das dazu zählen möchte, zu dem heutigen Haul. Ich tue es einfach mal. Ah, da ist schon mein Hintergrund. Hier, zu Ende. Okay, nee, aber... Na gut, okay. Ich denke, das war es auch mit diesem Haul heute. War ja nur ein ganz kurzer Haul. Nur kurz zum zeigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ihr könnt auch mal meine anderen Videos mal anschauen. Das wäre gar keine schlechte Idee. Und ich habe auch noch ein paar andere Hauls, wo ihr drunter schreiben könnt, welches Set ihr als erstes reviewt haben wollt. Weil zu diesem Video könnt ihr gerne drunter schreiben. Aber ich werde es nicht reviewen. Weder das hier, noch den Adventskalender. Einfach, weil ich die aussortieren werde und die Teile haben möchte. Und deswegen... So, ich denke mal, das war es. Macht's gut und genießt die Weihnachtszeit. Beziehungsweise das frohe neue Jahr, weil wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.